Ja, Leute, da sind wir zurück, um genau zu sein, zu einem neuen Format, beziehungsweise einem Format, was man kennt, und zwar zum Market Watch. Und natürlich, Leute, wenn wir mit sowas starten, müssen wir den Experten der Experten dazuholen. Julio, hallo. Moin. Schlicht wie immer. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit der ersten Karte. Und ey, ich mache das neu, du musst mir zeigen, wie es geht. Wir fangen an. Beschwerungshauberin. Ja, es ist eine Karte von, also ich habe generell eine schwierige Meinung zu der Karte, weil zum einen ist es natürlich für die Leute, die damals das Format gespielt haben, cool, dass so eine Karte nochmal irgendwie spielbar wieder ist, durch das Erratum, was sie mal zum OCG bekommen hat. Richtig, ja. Ja, aber, das große Aber, ich gebe dir Brief und Siegel, die Karte ist spätestens in einem Jahr wieder banned. Weil, also ich kenne jetzt schon wieder so viele Kombos, die so bescheuert sind. Also, hätte ich die Wahl, ich würde sagen, bringe die bei uns nicht zurück. Erratum, cool, aber lass die trotzdem banned. Das wäre mein Wunsch. Aber, ähm, das ist an sich auch eine Karte, wenn wir ja über den Preis spekulieren, die ist jetzt nicht teuer, ne, sind knapp zwei Euro. Eine Kopie braucht ihr maximal in eurem Deck. Aber, was ja auch klar ist, die Karte wird zu 100% einen Reprint bekommen, denn bei allen Karten, die in der Vergangenheit eine Erratum bekommen haben, die wurden zeitnah gereprintet. Und, äh, ich denke, hier bieten sich halt ein paar Sets an, wie es zum Beispiel das neue Battles of Legend, was vielleicht ein Secret Print für die Karte bedeutet. Und deswegen würde ich die Karte nicht kaufen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das eine Karte wird, die 50 Cent kosten wird. Genau, sehe ich genauso. Also, die Reprint, also, der wird 100% kommen, weil Erratum Karten halt immer einen Reprint haben. Einfach, um den neuen Text zu haben. Also, ist ja wichtig, so. Ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar, ähm, ja, die Tin, äh, heißes begehrtes Produkt des Jahres. Und da gibt's ja ein paar Favoriten, die halt reprintet werden können. Wir können natürlich unseren Wishless machen und, ähm, sagen, Es be Little Night und alles. Aber wir sind mal realistisch, ne? Und dann gucken wir uns natürlich an, es sind immer die alten Sets, die natürlich gereprintet werden. Und da haben wir zum Beispiel Karten, ähm, wie Mikanko, die natürlich dann, ja, ein großer Favorit sind, dass sie eben dann in der Tin sind. Und wir sehen hier auch, äh, preistechnisch ist stabil noch, ne? So viel war stabil noch. Ist auf jeden Fall noch stabil. Aber ich denke, dass, äh, die, äh, also die ganzen Mikanko-Karten sind so wahrscheinlich wie keine andere aus Amazing Defenders. Da Pureli in der Reality Collection ihren Reprint bekommt, ähm, und hier Rescue Ace hat ja schon seine Reprints bekommen. Das wird 1000% drin sein. Ja, garantiert. Also Leute, falls ihr das nicht in einer zu, äh, naher Zukunft eben auf einen Turnier spielen wollt, lieber ein bisschen warten. Übrigens noch, kleiner Disclaimer, kommt jetzt super nach ein paar Minuten. Aber das hier sind natürlich keine Kaufempfehlungen. Bedeutet also, äh, macht euch ein eigenes, äh, ja, ein eigenes Bild von der ganzen Situation und kauft wirklich nur die Karten, die ihr haben wollt. Wichtig. Richtig. Korrekt. So, weiter geht's. Mikanko. Eine weitere Karte, die ebenfalls, äh, eben da drin gehört, ist jetzt halt Mikanko. Die andere Karte, wie gesagt, gleiche Sache, ne? Mhm. Ähm, wird Save sein Reprint bekommen. Eine Karte, die eventuell ein Reprint bekommt, ist Zentrum. Eine sehr, sehr teure Karte, die man natürlich in Dino spielt. Eine sehr gute Searcher-Karte. Und da, ja, was sagst du dazu? Ja, ist eine gute Karte, aber die hat ja auch, seitdem die erschienen ist, nie wirklich viel Play gesehen, weil Dino halt, äh, aktuell nicht, oder seitdem die Karte da ist, nicht relevant ist, ne? Ja. Ähm, deswegen, ja, wird Save ein Reprint bekommen. Und ich finde die Karte für, für den Preis, also ich finde die viel zu teuer. Ja, definitiv. Also, klar, Dino ist ein Favorite-Deck, aber dafür, dass es so wenig Präsenz hat, eben in der Meta, ist es doch unglaublich teuer. Das stimmt, ja. Aber, gut, Dino ist halt trotzdem aber so ein Fan-Deck, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Das ist richtig, äh, ich meine, und alle haben ein bisschen Angst vor Ufaschinosaurier, muss man ja trotzdem sagen, ne? Das stimmt, ja. Ich inklusive. Zurecht, 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 auf jeden Fall. Ja, ähm, dann setzen wir mal bei der nächsten Karte ein Zeichen, denn, ähm, ja, ähm, setze deine Seele, ähm, ja. Ja, aber ich finde es, äh, ich finde es super interessant, also ich habe letzte Woche bei mir einen Market Watch gemacht und die Karte ist seitdem tendenziell eher gestiegen. Also, da hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber wenn du da mal guckst, es gibt nur drei, vier Playsets, die, äh, in Anführungszeichen günstig sind und danach steigt die Karte auf einmal wieder. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das ist eine Karte, die wird safe auch irgendeinen Reprint bekommen, weil in Wild Survivor, sind wir mal ehrlich, so viel gutes Zeug war da nicht drin, was du reprinten kannst. Und deswegen wird safe alles von Venkisch soll da drin sein. Ich denke mal, es hat auch ein bisschen Einfluss, dass natürlich jetzt bald auch die National Season bekommt und eventuell in der Bandlist kommen könnte. Ähm, Leute allgemein, also wir werden auch gleich auf Karten kommen, wo das noch mehr passt. Das ist natürlich klar, dass, ähm, die Stack von der Bandlist nicht betroffen wird. Aber eben die National Season, Leute wollen eventuell die Stack ausspielen, kaufen sich das jetzt und von daher, ähm, kann der kleine Anstieg, der jetzt wieder kommt, halt dementsprechend geschuldet sein. Ja. So, gehen wir zur nächsten Karte. Und das ist eine Karte, die hab ich extra reingenommen, weil es ein Favorite ist, äh, ist ironisch, weil es eine Favoritenkarte, eine Lieblingskarte. Und zwar für Heroes. Äh, die Trap, die konstant immer mehr, quasi eine Staple geworden ist in Heroes, ähm, zu spielen. Und dementsprechend natürlich dann auch, äh, auf seine, äh, für eine Ultraware aus dem Set, Power of the Elements halt, immer weiter hochklettert gerade, ne? Gibt doch kaum Listings, 122 ist nicht viel, ne? Genau, richtig. Aber ich vermute, Power of the Elements ist ja das magische Set, was irgendwie überall ausgenommen wird. Kriegt random irgendwo seine Reprints, aber irgendwie halt nie das Set an sich. Ähm, hier, ich könnte sein, könnte es vielleicht sogar Rarity Collection sein? Was denkst du? Aber Pote, ist Pote nicht für die Tin mittlerweile bestätigt? Äh, ich glaub nicht alle Karten, oder? Also ich meine, dass Power of the Elements angeführt wurde als, äh, Tinder ist doch auch Sprite drin gewesen in dem Produkt, ne? Ja, ich glaub schon. Jaja, dann ist zu 100% für die Tin angekündigt, dass, äh, Power of the Elements drin sein wird. Ja, aber wir kennen das, das heißt nicht, dass dann alle Karten kommen. Ähm, das stimmt, aber gut, also Tier Elements wird, äh, durch, von Pote wird da nicht nochmal der Tin drin sein, vermute ich mal. Das ist, denk ich, ein heißer Kandidat für die Rarity Collection. Sowas hier kann natürlich auch sein. Sprite, Kurikara und Slayer, dann vielleicht eher sowas für, für, äh, die Tin. Genau, richtig. Also, da muss man halt gucken, aber auch hier sicher natürlich ein Reprint, ähm, der wahrscheinlich kommen wird. Ist die Frage nur, wo er kommen wird dann am Ende. Äh, machen wir eine Karte weiter, die auch wieder mit der Tin halt zu tun hat. Ihr merkt, wir gehen hier natürlich sehr darauf erstmal ein. Und zwar, ähm, Mace of Memories und, äh, schnellst du die Synchronsternschubdrache. Ist halt eine Karte, die auch aktuell tatsächlich nicht wirklich viel gespielt wird. Es gibt ein Nisch-Szenario, wo die gespielt wird und das ist in Voiceless, wenn die mit Diviner spielen und Diviner Interrupted wird. Da gibt's ein paar ganz nette Lines. Aber insgesamt ist es natürlich, ja, eine unfassbar gute Karte. Also, es fehlt nur momentan das passende Deck dazu. Ja, auf jeden Fall. Also, ist natürlich auch der direkte Inzest zu, äh, also direkt der Start halt in Baroness, was natürlich stark ist. Und allgemein, äh, ich sag mal, Level 10 ist nicht verkehrt, ne? Ja, das stimmt wohl. So, von daher, ähm, natürlich gute Karte und hier, ähm, ja, muss man dann sehen, ob da natürlich der Reprint letztendlich kommt. Deswegen die Karte grad eher am Fallen, weil halt auch natürlich die Gefahr besteht von Reprint. Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, das kennen wir von der Tin halt, hast du eben auch schon gesagt, es wird definitiv Karten geben, die da nicht drin sind. Genau. Und da immer, wenn ihr eine Karte daraus wolltet und die dann nicht drin ist, dann immer müsst ihr gucken, dann werden die Preise immer komplett eskalieren. Aber, Julian, du kennst das ja schon, jahrelange Erfahrung hier. Ja, da kommt dann immer, ich sehe immer dann schon nach Thumbnail, ja, hier, let's go, äh, Preis-Eskalation, ne, Preis-Chaos nach der Banlist oder so, ne? Ja, genau, Preis-Chaos. Äh, genau das. Ähm. Ja, ja, ein Preis-Chaos, das man definitiv sagen kann bei einer nächsten Karte, die man schon als Reprint erwartet hatte, aber dann nicht gekommen ist, ist Kurikara. Eine Karte, die hätte schon Zeitpunkte gehabt, wo man ein Reprint bringen können, kam aber nicht. Und wir sind uns, glaube ich, einig, es muss ein Print kommen. Und ich denke mal, der kommt auch. Definitiv. Aber das Traurige wird sein, dass der Zeitpunkt komplett verpasst wurde. Die hatte halt ihr Format, die ist jetzt aus den Decks schon wieder rausrotiert. Und, äh, die hatte schon mal ihr Format, äh, mit Runic-Livetrend-Sprite. Und ich bin mir sicher, also, das wird danach jetzt dauern, ne? Die hat jetzt zweimal ihre Time to Shine, ähm, und die wird halt danach erstmal wahrscheinlich in der Versenkung verschwinden. Ja, das kann definitiv sein. Also hier, wenn ihr die nicht zwingen braucht, ein bisschen warten ist immer ganz gut. Weil einfach natürlich, wie du schon sagtest, Grad wird sie nicht gespielt. Sie wird noch ein Reprint bekommen, das heißt, sie wird immer billiger werden. Und dann, die Karte ist nicht verkehrt. Also, sie wird wieder ihre Time to Shine haben, definitiv. Also, in Zukunft irgendwann wird wieder sie Time to Shine haben. Jetzt gerade, ja, nicht halt. Gehen wir zur nächsten Karten-Package, kann man dann sagen. Denn wir gehen jetzt natürlich weg von den Tints an sich, sondern gehen weg zu National Time. Beziehungsweise, das ist noch nicht National Time, weil das ist eher Bandless Time. Und zwar die Wanted-Karten, die gerade, mit Wanted, natürlich mit Black Witch, die insgesamt gerade eher an Fallen sind. So, was sagen Sie dazu, der Experte hier in der Runde? Na gut, also, das hat natürlich zweierlei Gründe. Zum einen, ne, Argov ist bestätigt für die TIN. Ob die Karten da drin sein werden, wissen wir natürlich nicht. Aber die Bandless-Angst, die schwebt da ganz klar oder spielt eine tragende Rolle bei der ganzen Geschichte, ne? Solange wir keine Liste haben, ist schwierig. Also, ich geb dir Brief und Siegel. Wenn das auf der Bandless alles nicht so hart gehittet wird, dann geht die ruckzuck wieder auf 60 Euro hoch. Und trotz Reprint-Gefahr, weil wir haben die komplette National Season und Euros. Genau, und deswegen habe ich die auch mit dir reingenommen, die National Season. Ich, das ist natürlich, wie gesagt, Bandless, man hat nie eine Garantie. Aber von meiner Perspektive würde ich auf jeden Fall sagen, selbst wenn es angefasst wird, wird vielleicht gesucht auf eins gesetzt. Black Witch wird gehittet oder so, aber es wird nichts gebannt daraus dementsprechend. Und dann, wenn dann die National kommt, vielleicht kommt halt eine Bandless, dann, selbst dann werden die Preise halt wieder hochgehen. Und mit Reprint, ja, muss man dann gucken. Es ist ja auch immer die Frage, welche Rarität bekommen die Karten, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Gut, da wir die Raritätenverteilung erkennen, Super Rare und Rare ist schon mal ausgeschlossen, ne? Gibt's ja nicht mehr. Für die Tin, das heißt, so viele Optionen bleiben da ja nicht. Also Ultra Rare ist natürlich eine Option oder man printet das Ganze nochmal in Secret. Ist nicht das, wäre nicht das erste Mal, wenn das so ist, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau. Gehen wir zu einer nächsten Karte, die eher mit dem nächsten Hauptset zu tun hat, was ja auch vor der Tür steht. Und zwar natürlich Aschet, beziehungsweise Vaders. Und da muss man natürlich sagen, eine Karte, die anders steil durch die Decke geht. Und wenn man da noch keinen hat, man sollte gucken, dass man sich vielleicht den einen oder anderen da anlegt und am besten sogar ein Playset. Ja, wir haben ja tatsächlich schon ein paar Infos bekommen, ob freiwillig oder nicht, ne? Aber das, was man da lesen konnte, ja, hat sich okay gelesen, ne? Ich denke, da kann man, oder sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Aber die Karte ist definitiv eine Antwort auf Field Spells, wie zum Beispiel auch Tenpai Field Spell, aber auch in Zukunft auf die Field Spell von den Gimmick Puppets. Und alleine die Handtrip gewertet als, oder ja, die Karte als Handtrip gewertet alleine, ist schon ein Kaufargument. Weil man muss sagen, Gimmick Puppe zum Beispiel, den FTK, den stoppst du halt nur durch Oga und ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob die sich aktiviert. Aber Vaders in jedem Fall, also das ist halt eine sehr gute Karte. Genau, richtig. Also kann in Zukunft eine Rolle haben. Entweder eben, weil der Archetype selber nochmal gepusht wird. Wir werden auf jeden Fall eine zweite Welle kriegen. Mal gucken, was die Karte am Ende alle ausmachen werden. Ist auf jeden Fall eine Karte, die man auf dem Schirm haben sollte. Und vielleicht wird das in Zukunft ein super, ich glaube eher Side-Deck-Slot, ne? Also ich glaube nicht, dass das dann... Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Main-Deck-Slot werden kann, wenn wir ein Gimmick Puppet T0-Format bekommen, wo das jeder spielt und du sonst ein Autoloss hast. Wenn wir das bekommen, ne? Wenn wir das bekommen, ja. Das ist die Frage, ne? Da ist jetzt, gefühlt mal wie eine halbe Bandlist-Prediction oder Kalkulation. Aber du hast es vorher gesagt, ja, Gimmick Puppet, Schimärenpuppe ist natürlich da und auch Nummer 15 ist da. Wir gehen ja mal hier aufs linken Monts ein. Ist natürlich jetzt keine 20, 30 Euro-Karte, definitiv nicht. Aber man sieht, sie steigt und steigt. Aber letztendlich, ja, ein, zwei Euro. Also wer da ein bisschen sparen will, vielleicht jetzt zu schlagen, bevor das Deck hierher kommt. Aber an sich natürlich keine so teure Karte. Was aber natürlich eine teure Karte ist, ist Nummer 15, was ich interessant finde. Ja, also wir sehen hier, 10, 15 Euro, da kommen wir doch da hin, ne? Das stimmt. Aber was wir hier auch nicht vergessen dürfen, also ich weiß natürlich nicht, was genau mit der Zukunft vorhat. Aber ich finde es schwierig, ob man wirklich ein FDK-Deck zulässt, was so konstant ist, oder ob man das pre-hitten wird. Dann werden so Karten natürlich preislich nochmal droppen. Und ich bin auch wirklich kein Fan von FDK-Formaten, also überhaupt gar nicht. Ich finde es ganz furchtbar. Ja, nicht nur du, glaub mir. Ich finde es auch nicht gerade super. Ja, deswegen, eigentlich würde ich euch dazu aufrufen zu sagen, spielt das nicht, ihr boykottiert das. Aber ihr dürft euch natürlich eure eigene Meinung bilden und das spielen, worauf ihr Bock habt. Ja gut, da würde ich jetzt einen weisen Sprung sagen, don't hate the player, hate the game. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, wenn du dann halt wirklich, das ist ja komplett dein Stroll dann. Also wenn du dann ein FDK-Format hast, du spielst FDK gegen FDK, hast nicht einen Droll auf der Hand, dann GG, Bro. Ja, das ist halt. Aber man muss sagen, das hatten wir schon auf der Vergangenheit. Ich sage nur Goki oder ähnliches, da war auch so. Also da musstest du das same thing so ungefähr. Das stimmt. Oder auch Pendulum FDK. Boah, hör mal auf, Alter. Pendulum FDK, auch anders schmerzhaft. Vor allen Dingen, egal, wir wollen jetzt hier nicht Storytalk machen. Das wird schon ein halber Podcast. Ja, halt wirklich. Ey, Leute, Storytime? Wollt ihr haben? Let's go. Aber jetzt wollen wir natürlich zu den ganz heißen Karten. Denn jetzt war so, okay, Tins, ja, Bellis, National Season, das ist ja alles, was man so sagt. Okay, das kann man ja hier wissen. Aber, Leute, wir wollen natürlich hier auch den heißen Shit. Und der heiße Shit ist Dreiköpfiger Drache. Und jetzt fragt ihr euch, was für eine Karte? Ist das der Blue Eyes? Nein, nein, nein. Das ist das Synchromonster. Dreiköpfiger Drache. Und ich habe hier ihn in verschiedenen Raritäten. Wir haben das Ganze einmal in Secret Rare. Wir haben das Ganze hier einmal in Ultra Rare. Theoretisch gibt es auch einen Ultimate Rare Print. Den ignorieren wir jetzt mal, weil es ist natürlich nochmal deutlich viel teurer. Und wir sehen halt, dass die Karte einen sehr stolzen Preis hat. Und echt nicht viele Anbieter verfügt. Wir haben gerade Taktitel 77 hier. Hier nur 84. Und ja, das ist eine Karte, die man zukünftig spielt. Julian, dein Part wieder hier. Experte, wir müssen dich reinholen. Ja, also die Karte alleine, das ist ziemlich, also nicht alleine, aber die Karte mit den Feedspill der Tenpai Dragons schafft es tatsächlich 18.000 Damage aus Store zu bekommen. Also durch Topf, durch Topf. Nee, gut, durch Topf wären es dann in dem Fall 9.000, ne? Ja, genau. Aber ich meine, durch Topf könntest du Utica. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist komplett disgusting. Also die Karte letztendlich schießt halt zwei Karten von dir und dann kriegt sie halt zwei Angriffe dazu zu ihrem einen normalen Angriff. Und dadurch, dass sie halt die Feedspill schießt, verdoppelt die Feedspill dann durch ihren Friedhofseffekt nochmal die ATK von den Dryden Dragon, der sehr leicht beschwörbar ist im Tenpai Dragon Deck. Man muss hier ganz klar sagen, die Karte ist sicherlich ein heißer Anwärter für einen Reprint im OTS-Pack. Aber auch keine Garantie dafür. Vielleicht auch Battles of Legend, will ich alles nicht ausschließen. Aber zu dem Zeitpunkt gibt es natürlich schon Legacy of Destruction und da werden auch schon Turniere mitgespielt. Genau, also falls ihr da unbedingt halt eben für euer Tenpai Deck diese Karte haben wollt, dann jetzt. Also man sieht, sie ist noch nicht so krass am Spiken, so ein bisschen. Was ich interessant finde, weil ich dachte so, ja, es ist ja sehr bald, ne? Also das neue Set kommt ja sehr bald. Also ich sage dir dazu mal was, wo ich die Karte zum ersten Mal in den Market Watch erwähnt habe, hat die 15 Euro gekostet. Nein, wirklich? Ja. Okay, Leute, gut, gut, äh, hier, ähm, dann gewesen ist man da. Aber das Ding ist ja, das ist ja noch nicht das Ende. Also es ist ja noch nicht das Ende. So, das Ding ist natürlich, Tempai ist ein Deck, wo man, man weiß so, okay, das kann ja wie voll viel Schaden machen. Man weiß aber nicht so genau, wie sich das eben in der Meta dann festsetzen wird, dieses Deck. Natürlich auch aufgrund der Banlist, da ist wieder dieses Banlist-Ding indirekt drin. Wenn die Banlist natürlich richtig ausholt, dann wird die Karte auf jeden Fall richtig steil gehen. Wenn nicht so groß ausgeholt wird, vielleicht eher ein bisschen gemäßigt, ne? Also ich würde gerade bei Tempai-Dragon da ganz vorsichtig an die Sache rangehen, denn man darf hier eins nichts vergessen. Das Deck ist, Going Second, wahrscheinlich das beste Deck, was es gibt, Going Second. Aber Going First macht halt einfach gar nichts. Also das ist jetzt auch eine Lüge, es macht schon ein bisschen was. Wollte ich sagen, also gar nichts klingt wie Pass. Ja, aber es ist Going First einfach ein Witz, im Vergleich zu dem, was es Going Second macht. True, true. Und da muss man dann gucken, ich sehe schon die tollen Mindgames oder so. Naja, aber ich meine, vielleicht sagt man dann, wenn man im Main-Deck sowieso schon quasi alles an Non-Engine spielt, dann spielt man im Side-Deck 15 First-Karten. Oh nein, ey, so alles so Platt-Gates und so. Oh nee. Platt-Gates, ja. Ja, okay, also das war nicht meine Karte, die man hier auf jeden Fall betrachten sollte. Dann kommen wir zu einer Karte, ich habe in Julien drüber geredet. Das wirkt jetzt komisch, aber Leute, lasst euch das mal auf die Zunge zergehen. Ein Meister seines Decks. Masterpiece. Himself. Aktuell verboten. Aber es ist eine Karte, die auf jeden Fall eine Chance hat, von der Bandlist zurückzukommen. Und wir haben hier schon, das sieht man schon preislich, die ist 20 Euro. Ich war schockiert. Was hat denn die Karte damals nochmal gekostet? Die hat doch damals 40 bis 50 gekostet, oder? Nee, ich glaube, die hat sogar 60, 70 gekostet. Es war auch so eine, ach nee, Diagram war ja so teuer zu den Zeitungen. Ja, ja, deswegen. Also ich habe das selber gespielt. Ich glaube, so viel teurer war die gar nicht. Maximal 30, 35, 40, glaube ich. Ja, und wir sind jetzt fast schon wieder da. Also ist ja verrückt, ne? Ja. Also das ist verrückt. Und jetzt fragt ihr euch, ja, wie kommen wir denn jetzt da drauf? Man darf nicht vergessen, dass wir gerade ein Reprint von Diagram in Common hatten. Fühlt sich auch irgendwie komisch an, die Karte in Common vor sich zu haben. Für mich ist das eine Secret Rare einfach. Aber jetzt halt der Common Reprint und die haben wir halt eben Masterpiece. Klar, die Karte ist verboten. Und wie immer, wir haben jetzt Banlist Season, bedeutet, es kann theoretisch jederzeit eine Banlist kommen. Und Konami probiert gerne mal rum mit Karten. Und warum nicht Masterpiece? Einfach mal auf 1 bringen. Gerade eben jetzt mit dem Reprint würde es ja sehr gut passen, um zu gucken, was macht diese Karte. Und wenn man letztendlich sagt, ey komm, war der größte Fehler unseres Lebens, kann man die Karte immer noch wieder auf 0 setzen. Stimmt, ja. Also ich glaube, auf 1 für den Moment finde ich die tatsächlich auch, denke ich, nicht schlimm. Also ich meine, wir haben viele sehr, sehr dumme Karten bei uns noch im Spiel und eigentlich wünschen uns alle, dass die gehen. Aber wenn ich den Masterpiece vergleiche mit einem Sanctifier, der einen Gimmick-Puppet-Lock macht oder einem Calamity, der dich gar nicht spielen lässt, ist das im Vergleich doch hier eigentlich ziemlich human. Das stimmt. Ich meine, er lässt dich komplett normal spielen. Er kann halt nur einmal schießen in der Theorie. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ja, aber das war schon der Überblick hier. Kurze, knackige Folge. Wir wollen nicht komplett übertragen, denn ja, erster Market Watch. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Julian, erstmal ein Riesen-Dank hier, dass du dabei bist. Kein Problem, sehr gerne. Und natürlich auch, rübergehen zu Julio. Der macht natürlich auch weiter Market Watches. Und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag. Und wie immer viel Spaß beim, Julian? Duellieren. I-E-E-E-E-E-E-C,